Guten Tag, mein Name ist Lerner Sukhoff und ich bin Schriftsteller. Seit die Faschistoide Hamas Israel überfallen hat, gibt es ein großes Aber bei vielen Intellektuellen. Tishek hat das ganz deutlich gemacht auf der Frankfurter Buchmesse. Bei ihm war sehr deutlich, dass die Hauptsorge eben nicht den immer wieder überfallenen Israelis gilt, die seit der Gründung der Staates und noch davor Anschlägen ausgesetzt sind, sondern den Menschen in Gaza, was verständlich ist, denn wir wollen alle sicher nicht, dass die Zivilbevölkerung leidet, und so wie ich das verstanden habe, macht die israelische Verteidigungsmacht auch alles dafür, dass das nicht geschieht, dass es eingedämmt wird, dass es so wenig wie möglich zivile Opfer gibt. Das Aber ist ein Aber, das antisemitisch ist, denn es tut ja zwei Sachen zur gleichen Zeit. Es setzt voraus, dass Israel eine aggressive Macht ist, die immer wieder im Gaza-Streifen Menschenrechtsverletzungen begeht und zugleich, dass die Palästinenser sich lediglich verteidigen. Beides ist falsch. Die Hamas ist eine Gründung, die auf der ideologischen Basis von Mohammed al-Husseini basiert, jenem muslimischen Gelehrten, der in den 30er Jahren und in den 40er Jahren sehr eng mit dem deutschen Nationalsozialismus zusammengearbeitet hat, der von Hitler auf eine Promotion-Tour für die Legion Hanscha der SS geschickt wurde, die dann am Ende über 20.000 Verbrecher beinhaltete. Die Ausrottung des Judentums, die Tötung möglichst aller Juden, ist sowohl Politik Husseinis gewesen, wie es Politik der Hamas und der Hezbollah ist. Ohne die Angriffe gäbe es bereits zwei Staaten, die vermutlich in guter Nachbarschaft zusammenleben würden. Aber den Terror und die Angriffe auf Juden in Palästina und später dann in Israel gibt es seit den 30er Jahren. Und fairerweise muss man sagen, dass alles, was auch an Verbrechen durch jüdische Terroristen dann bis zur Gründung des Staates Israel begangen worden ist, eine Reaktion war auf den Terror, der ihnen entgegenschlug. Wir werden keine Lösung finden in diesem Konflikt, die Welt wird keine Lösung finden in diesem Konflikt, wenn der arabische, der palästinensische Terror nicht aufhört. Und der kann nur aufhören, wenn es die unterstützenden Staaten unterlassen, Hamas und Hezbollah zu unterstützen und wenn die Zivilgesellschaften im Gaza-Streifen, wie auch in den anderen palästinensischen Gebieten, in Jordanien, im Libanon, im Iran usw. die Oberhand gewinnen und die Terroristen und beispielsweise im Iran auch das mörderische Mullah-Regime erledigen. Das ist zu hoffen, aber solange es nicht so ist, ist es von dringender Notwendigkeit, dass die IDF im Gaza-Streifen eine Bodenoffensive macht und diese Bodenoffensive muss vorbereitet werden. Deshalb kommt es zu den Raketenangriffen. Die Aufforderung, Richtung Süden zu ziehen an die Bevölkerung im Norden des Gaza-Streifens, ist keine Vertreibung, sondern der Versuch, die zivilen Opfer möglichst gering zu halten. Denn natürlich ist damit zu rechnen, dass Hamas nicht zögern wird, Terroranschläge im eigenen Land zu begehen und die Schuld Israel in die Schuhe zu schieben. Dankeschön.